Ich bin Kerstin, Psychologin bei Instahelp und dieses Mental Warm-up unterstützt dich dabei, deine Ziele und Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Genauso wie unser Körper braucht auch unser Kopf vor großen Herausforderungen ein Warm-up, ein Aufwärmen, um bereit zu sein für das Abenteuer, um den Fokus zu behalten, um erfolgreich zu sein. Die folgende Übung soll dir dabei helfen, deinen Kopf aufzuwärmen und bereit zu machen. Du kannst sie immer dann einsetzen, wenn du vor großen Herausforderungen stehst und ein ganz besonderes Ziel erreichen möchtest. Im ersten Schritt stelle dich aufrecht hin, geh mit den Knien ganz leicht in die Beuge und hab die Füße parallel zueinander, ungefähr schulterbreit am Boden. Schließe dann die Augen und konzentriere dich für einen Moment lang ausschließlich auf deinen Atem. Versuche dabei zu zählen, beim Einatmen bis 4 und beim Ausatmen wieder bis 4 und mache 5 solcher bewusster Atemzüge. Lasse dann vor deinem inneren Auge ein Bild entstehen von dem Ziel, das du heute erreichen möchtest und tauche mit allen Sinnen in dieses Bild ein. Versuche dir vorzustellen, wie wird der Moment aussehen, wenn du das Ziel geschafft hast? Wie wirst du dich fühlen, sowohl körperlich als auch emotional? Wirst du deine Muskeln spüren? Wirst du schwitzen? Wirst du erschöpft sein? Wie wird es dir gehen? Was wirst du alles hören? Vielleicht sogar riechen oder schmecken? Was wirst du auf deiner Haut fühlen? Tauche vollkommen in dieses Bild ein und lass das Bild dann an dieser Stelle vorerst stehen. Kehre mit der Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem. Konzentriere dich wieder auf das Ein- und Ausatmen und zähle dabei jeweils bis 4, für 3 Atemzüge lang. Ein- und wieder aus. Hol dir dann erneut dein Zielbild vor Augen und versuche alles an Glauben, an Überzeugung und an Sicherheit hineinzustecken. An Gewissheit, dass du genau dieses Ziel heute und jetzt erreichen wirst. Kehre dann zurück zu deinem Atem und stelle dir nun vor, wie du mit jedem Mal einatmen all das an Kraft, an Durchhaltevermögen, an Gelassenheit auftankst und aufsaugst, was du brauchst, um dieses Ziel zu erreichen. Beim Einatmen tankst du auf, beim Ausatmen verwurzelst du dich mit dem Boden, um standhaft und fest und stabil zu sein. Nimm fünf solcher bewusster Atemzüge, um alles aufzutanken, was du brauchst und dein Ziel zu erreichen. Kehre dann mit der Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Zielbild und sieh dir noch einmal ganz genau an, wie es aussehen wird, wenn du dein Ziel erreicht hast. Formuliere dann für dich einen inneren Glaubenssatz, der dich motiviert und der dir Kraft gibt. Zum Beispiel, heute kann ich alles schaffen, was ich mir wünsche. Diese Übung kannst du immer dann einsetzen, wenn du vor einer großen Herausforderung stehst und ein ganz besonderes Ziel erreichen möchtest.